Das ist Peter. Ihm wurde gesagt, dass er einen Schrittmacher braucht und er möchte wissen, welches Gerät ihm der Arzt empfiehlt. Peter versteht, dass ein Schrittmacher seine Lebensqualität verbessert. Doch er ist besorgt, weil er gehört hat, dass bei Schrittmacherpatienten kein MRT durchgeführt werden kann, wenn es diagnostisch erforderlich werden sollte. Zum Glück für Ärzte und Patienten wie Peter bietet Boston Scientific mit der neuen Ecolate-Schrittmacherfamilie und den Ingevity-MRT-Stimulationselektroden das weltweit erste für 3 und 1,5-Tesla-Scans geeignete System. Ärzte und Radiologen haben heute und in Zukunft mehr Auswahlmöglichkeiten für die Bildgebung, da immer mehr Krankenhäuser MRTs mit 3 Tesla verwenden. Aus Sicht des Radiologen bedeutet ein Ecolate-Schrittmacher keine Scan-Ausschlusszonen. Jede Körperpartie kann gescannt werden. Keine Scan-Zeitlimits. Der Radiologe kann sich ohne Zeitdruck auf den Patienten konzentrieren. Höhere SAR-Grenzwerte, bevorzugter Arbeitsablauf und klinische Praxis des Radiologen wird nicht beeinflusst. Einzigartiger, programmierbarer MRT-Timer setzt Schrittmacher nach dem Scan automatisch auf ursprüngliche Einstellungen zurück. Da die Batterie vom Boston Scientific länger als 13 Jahre hält, können Patienten in Bezug auf ihre langfristige medizinische Versorgung zuversichtlicher sein. So kann PETA mit einem der Ecolate-Schrittmacher vom Boston Scientific rundum in eine bessere Zukunft blicken. So kann man einen Aus FEIN waitventilung vängeIFER war. dém Was Felder-Schrittmacher hat desertiert und irere Ger东 mit einemordnet Bereich vessel hat wohl Euer Vielen Dank.